Drei Gründe, warum wir All-Europameister werden. Erstens brauchen wir individuell sehr gute Spielerinnen, die von den Vereinen ausgebildet sind. Die haben wir im 2000er-Jahrgang eine ganze Achse von fantastischen Spielerinnen. Plus 99, die schon im A-Team sind. Geraldine, Alicia. Das Zweite, die es immer braucht, ist eine gute Stimmung. Die haben wir im Staff, die haben wir aber auch mit den Spielerinnen zusammen. Und das Dritte ist eine ganz klare Idee, taktischer Art. Also wir haben für alle Möglichkeiten einen Plan. Uns wird nichts überraschen an dieser EM. Und von dem her wird uns das sehr weit bringen.